Ja, die Welt zockt heute vor einer wundervoller bayerischer Kulisse. Ja, ich war gerade am Stand, beziehungsweise ja doch am Stand von Ubisoft und zwar für Far Cry 4 und Assassin's Creed Unity. Fangen wir vorne an. Far Cry 4. Ich bin schwer enttäuscht, was man anspielen durfte. Ich hatte gehofft, dass man etwas erfährt über die Story und Hintergründe von dem Spiel. Man durfte lediglich eine dieser Festungen auf einem von drei verschiedenen Wegen einnehmen. Also man konnte sich reinschleichen, über einen Gyrokopter reinfliegen oder einfach mit dem Elefant durchs Tor preschen. Ich habe die Variante mit dem Elefanten gewählt auf Empfehlung eines Ubisoft-Mitarbeiters. Ja, das Spielprinzip ist das gleiche wie bei Far Cry 3 und ich kann ehrlich gesagt nicht viel sagen, weil man hat nicht viel erfahren. Ich muss jetzt nicht lange anstehen zum Glück, aber hätte ich zwei Stunden angestanden, ich wäre schwer enttäuscht von der Präsentation. Ja, mal gucken, was da noch so kommt. Kommen wir weiter zu Assassin's Creed Unity. Dort gab es eine Singleplayer-Präsentation zusammen mit jemandem aus dem Entwicklerteam aus Montreal. Ja, davon bin ich eigentlich schon mehr begeistert. Man konnte eine Singleplayer-Mission sehen rund um die Kirche von, nicht um die Kirche, aber um Notre Dame, die größte Kirche Paris. Und ja, es wurde vorgestellt, dass es immer noch sogenannte Moiche-Missionen gibt, die jetzt Blackboxes heißen. Es gibt keinen vorgegebenen Weg mehr. Man ist jetzt relativ frei eigentlich, was das anbelangt. Man kann sich quasi den Weg selber aussuchen. Es gibt Nebenmissionen, die man einbauen kann, muss man aber nicht. Und ja, uns wurde halt ein möglicher Weg präsentiert, wie man diesen Meuchelauftrag erledigen kann. Und zwar unter Zuhilfenahme von verschiedenen Nebenmissionen. Ich bin, wie gesagt, begeistert. Sehr schöne Grafik. Ich bin gespannt auf das Setting, nämlich Paris, zur Zeit der Französischen Revolution. Ja, zur Story hat man jetzt leider auch nicht so viel erfahren, aber dafür konnte man sehr interessante Gameplays sehen und noch einen kurzen Trailer am Ende. Ja, Assassin's Creed Unity lohnt sich auf jeden Fall. Kurz vorbeischauen. Ja, Far Cry 4, mal schauen, was das noch gibt. Da bin ich leider etwas enttäuscht.